Ich lerne Deutsch. Nummer 14679 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, ist der erste Schritt. Erst danach kommt der Verkauf. Das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, ist der erste Schritt. Erst danach kommt der Verkauf. Das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, ist der erste Schritt. Erst danach kommt der Verkauf. Die Loyalität eines Hundes zu seinem Besitzer ist legendär. Es gibt keinen treueren Freund. Die Loyalität eines Hundes zu seinem Besitzer ist legendär. Es gibt keinen treueren Freund. Die Loyalität eines Hundes zu seinem Besitzer ist legendär. Es gibt keinen treueren Freund. Kannst du die Möhren in Scheiben schneiden? Die brauche ich für den Gemüsesaft. Kannst du die Möhren in Scheiben schneiden? Die brauche ich für den Gemüsesaft. Kannst du die Möhren in Scheiben schneiden? Die brauche ich für den Gemüsesaft. Meine Motivation für die Arbeit an diesem Projekt ist, etwas Sinnvolles zu schaffen, das anderen Menschen hilft. Meine Motivation für die Arbeit an diesem Projekt ist, etwas Sinnvolles zu schaffen, das anderen Menschen hilft. Ihr jähzorniger Ausbruch beim Meeting war für alle unerwartet. Sie geriet plötzlich in heftige Wut während des Treffens, was die Anwesenden überraschte. Du musst unbedingt etwas gegen den Stress tun. Hast du es schon einmal mit Meditation versucht? Hast du es schon einmal mit Meditation versucht? Die Wildnis ist ein Spiegelbild des Charakters der Erde. Sie ist stürmisch und ungestüm. Die Wildnis ist ein Spiegelbild des Charakters der Erde. Sie ist stürmisch und ungestüm. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Untertitelung des ZDF, 2020